Da hälst du in dein Haus rein? Jaja, ich weiss, weiss. Entspanne ich. Da ist noch einer. Einen hab ich. Ja. Achso, außen oder was? Ne, ich warte. Pass auf. Ja. Müssten aber noch welche sein. Dann passt mal auf, dass hier keiner mehr... Ich hole mal Gears. Hast du... Du hast einen, ne? Ja, aber der hat keine Waffe gehabt. Der war auf, nur auf. Hab zwei. Der Schrotflinte? Ja. Jetzt hab ich das mal so gemacht wie die Asis immer mit der Zweier schrot. Hier ist noch eine Mini drin. Wer ruschelt denn da so? Da ist ein Zweier drin. Ja, Patra ist ruschelt so. Patra? Da, er pusht uns, er pusht uns. Komm, komm schnell aufs Motorrad. Hast du mal Hits? Hab ihn. Ist down. Der war aber sofort tot. Der ist auch weg. Okay. Ahja, sehr gut. Das Team ist auch down. Ja, ja. Hattet ihr? Ja, nice. Ja, haben wir zwei Teams ausgelöscht, oder drei? Trotz Patras Graschel da, ey. Boah, Pat, ey. Hat er noch was mit? Warte. Ja, super Aids sind, ey. Ich höre ihn mal nicht weg, doch mal nicht. Keiner, ne? Ich hab gerade einen Saphira für mich gefunden, aber... Ich hab nur einen Zweier gefunden. Ey, du schaubst ja nicht Zweier haben. Was denn? Ist das Vierer? Ne. Du witzelst. Das ist ne freche Frage, ey. Ja. Auch ne freche Antwort. Am Check, am Check unten. Auf 130 halt, ne. Ist da reingegangen. Können wir hin pushen, oder? Ja, ist nur einer. Oder zwei Maximum. Können wir rein pushen. Ja, ja, das ist schon klar, aber... Aber hinter uns hat er auch ein Auto gehalten, ne? Ein bisschen weiter weg, aber ich hab's gehört. Hab die Granate. Ja. Geht raus. Hat Hits. Ab down. Der ist nur ausgenockt. Seine Mails sind sicher... Und wo? Und wo? Oh, der hat noch einen Vierfach. 2 Kills hab ich gekriegt gerade. Hä? Die K. Möchtest du die K. Nein, du hast nicht 2 Kills bekommen. Das war vorhin... Hinter euch. Hinter an. Über... Links ist auch noch einer auf 245. Ich schaue, ob der einen Vierfaskopf hat. Der hat einen Vierfaskopf. Nice. Bei mich. 255. Hast du die Gegner noch? Ja, es sind mehrere. Ah, ich seh ihn auf 260 an meinem Baum hier. Den leider nicht. Boah, der hat mich ausgenockt direkt. MK14. Scheiße, ey. Zwei Schuss. Oh, der ist halt so kacke. Blau ist nicht drin, in der Zone. Ja. Äh, Arne, kannst du das Motorrad eben von ihr nehmen und zu mir hochfahren? Der snackt dich weg, oder? Ich laufe, ich laufe. Okay, er hat dich nicht alle getroffen. Kodo, pass auf, der ist genau vor dir. Kodo, oh Gott. Ja, ja. Warte, warte. Ich pushe. Ja, warte, ich kann nicht mehr schießen. Kodo hat ihn. Sehr nice. Echt jetzt? Ja. Der Kodo ist jetzt der Ficker, Alter. Kodo ist heute der Ficker, ja. Ja, Alter, Alter. Und wo? Noch ein Stück weiter. Ah, da läuft gerade einer links rüber. Kodo, von dir aus S. Hinterm Felsen. Ja, ich weiß. Wo ist der denn jetzt? Arne bei uns 230, hinterm Felsen. Ich pushe mich schnell. Ach so, du bist links. Okay, ach da. Ich hab ihm einen hingegeben, er mir in den Kopf schlossen. Der mit der MK 14er. Ja, ja. Der Schweinewacker, ey. Der Schweinewacker vor allem. Bilde nicht. Zweiter Stein, da. Froht. Erik, pushe mal ein Stück vor, du bist ganz schön weit weg. Äh, draußen müssen viele überleben. Ja. Bei den zwei Steinen, hm? Ja, genau, der zweite Stein. Kann ich mir keinen Energy geben? Ich hab keinen mehr. Ach, du hast auch nichts mehr. Erst Hilferkit kann ich dir geben. Nee, das hab ich selber. Kein blöd. Wir müssen nämlich gleich hoch. Wir müssen 30 Sekunden los, ne? Aber wir können hinten rumgehen, Arne. Hier lang. Kass. Hier trifft er uns nicht. Vielleicht können wir ihn von oben angreifen dann. Kass, kack. Jetzt pusht ihn. Pusht ihn von unten. Hat zwei Hits. Haben wir. Zwei Hits hat er. Schieß weiter drauf, Arne. Auf die Deckung. Ich kann nicht mehr auf den Hits. Er ist außerhalb meiner Luft fällt. Ab ihn. Okay. Das war sofort da. Ja, nehmt bitte alles, alles an Heil mit. Heel mit. Ja, ich nehm da auch was, wenn da noch was sagt. Ja, ich nehm da. Die Wand kommt, die Wand kommt. Nehmt schneller. Alles was ihr habt, dann Heel mitnehmen. Ah cool, dann nimmt nichts mit. Nimm nichts mit. Bin einfach jetzt mal... Thorsten bist nicht drin, ne? Ich weiß, aber die Wand kommt ja noch. Ja, okay. Ich geb den anderen Deckung nur, falls ihr jetzt nicht... Ah, ich kann die Sniper nicht nehmen. Das scheiß mich geraden. Den Sniper brauchst du eh nicht mehr bei elf. Ich bin nur schnell und dann renn. Ja, Waffe weg und los. Leute, was macht ihr da unten? Ach, ihr seid drin da unten? Ah fuck, ich bräuchte den Heel von euch. Na komm, wir pushen runter. Im Haus sind wir schon. Ah, kacke. Ja. Von wo? Vom Haus? Ich weiß es nicht. Ich geh mal direkt hier runter. Ich, keine Ahnung. Warte. Wie kann ich dir nicht sagen? Ja, geh runter. Ja. Warte, ist innen. Ja gut. Ich hatte Zeit, hätt ich noch. Boah, der hat mir komplett den Helm weggeschossen. Ja, das Haus müssen wir pushen dann. Ich glaub, es war ein AWM, ne? Hast du nen Heilung? Ne, ne Kacke war das. Ich hab Heilung. Weit oben warst du. Ich weiß nicht, ich glaub, ich weiß nicht. Ich bin sicher, ich mein es wär rechts im Haus gewesen. Ah, ich seh einen. Seh geradeaus. Bei Hits. Doch mal. Doch mal ne Nummer. Im Haus oder was? 2,15. Draußen? Ja. Warum? Ah, der ist genau hinter dem Haus nämlich an, ne? Von uns auszusehen. 2,15. Ey, 30 Sekunden, ne? Ja. Ja. Doch wann? Wir können uns links halten, Arne. Links können wir uns halten, weil rechts... Wir müssen loslaufen, ne? Wir müssen loslaufen, ne? Da rechts läuft er, Arne, da rechts von uns läuft er. Ah ja, okay. Ja, gut. Das ist nur einer. Okay. Auf einem Haus, hier ist niemand. Vor allem, wenn ein Baum ist der, auf 2,45. 2,40, Arne. Das ist es. Hab's gesehen. Rolo, du musst weiterlaufen. Weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur gucken, aber... Wo sind die Typen? Ja, ist auch die 2,30 im Raum. Hm? Er steht gerade am meisten. Der den Jut halbwegs... Er ist auch noch ein, das ist nur der eine. Ja. Wollte grad sagen. WTF? Wie viel Kälte habt ihr? Ein. Vier. Ja, ich hab auch nicht viel. Ich bräuch' nur n... Ups. Oh oh. Okay, an den Häusern steht einer. Hinter der Mauer steht der bei den Häusern. Rotes Haus. Ach, wer hat mir da nicht... Ja, gut. Hab ich genockt? Den Typen? Ja, dann geh mal hin, na. Wird da noch einer sein. Ist der ins Haus gegangen? Nee, nee, der steht da unten aus. Ist da draußen an der Mauer genockt. Da pusht gerade einer. Wo denn? Hier direkt an der Mauer, fast. Pass auf, Padra. Bleib dahin. Noch ein Hit von Kolo. Ah, Padra hat ihn. War der direkt tot? Ja, kill direkt. Nee, da schießt dann einer, oder? Nee, das war fast dann auch. Aber ich hab' kill gerecht. Hinter mir, hinter mir. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ich werd' hart auseinandergenommen. Ganz hart auseinandergenommen. Bei mir. War der fast tot gewesen. Ist der down? Nee. Ah, ist richtig von der, von der anderen Seite, wär' ich geschossen. Bin wieder im Fight. Ich hab mich wieder, äh... Ich hab' einen gelockt, Freunde, da hinten. Aber hier ist doch einer auf unserer Seite, Arne. Nee, ich hab' da hinten, die wir vorhin geschossen haben. Hab' ich einen. Von der anderen Seite? Ja, von der anderen Seite. Hä? Den einen von der beiden hab' ich schon. Wurdest du jetzt von einem hier vorne erschossen? Ach, hier steht doch einer. Arne, hier steht einer direkt bei uns. Hier ist sein Mate. Ey, 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 ey. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Genau. Also die beiden auf der anderen Seite sind tot. Ja, deck mal lieber uns hier. Wir sind hier umzingelt von Gegnern. Aus der Kirche. Unten in der Kirche steht der. Unten drinnen. Unten bleiben. Danke, 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 danke. Alles gut. Unten bleiben. Kohle runter, den Kopf. Ja, aus der Kirche steht der auf den Kopf von uns. Wir müssen gleich die Kirche pushen. Ich hab' ihn getroffen einmal. Der, hier hat noch ganz viele Sachen. Kohle, wenn irgendwas braucht. Wo ist der Granat? Oben auf dem Dach. Ja, okay. Ich brauche wahrscheinlich was. Muss mal eben die Karabiner nehmen, so. Der hat eine andere Alinspritze, Kodo. Die sollst du mitnehmen. Ah, hab' ich jetzt. Da hinten läuft einer auf 150. Ja. Müssen auf den Kirchtyp achten. Arne, wir müssen unten durch rein, na. Ich bin in der Kirche. Sehen wir nicht mehr. Ja. Unten drinnen, Padra. Da kommt einer hoch. Hab' ihn, Padra. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Der war instant da und das ist ein anderes Team. So, Arne, kann ich dich mal kurz in deinem Wutrausch da unterbrechen? Ja, ja, ja. Wir müssen von rechts rum an der Kirche vorbeipuschen. Hier unten hab' ich grad noch einen gekillt. In der Kirche sind welche. Ja, da war nur ein Timo für die sich kürzen. Hier ist nur einer, der hat noch ganz viel Schalldämpfer und so weiter. Pipapo. Aber nicht jetzt da aufhalten, sonst werdet ihr erschossen nur im Vorbeigehen mitnehmen. Oh, oh, oh. Ja, ja, ist der aus der Kirche. Lass' von oben surround'n. Äh, surround'n. Von oben in die Zone. Meist mir eben hart Drogen rein hier. Ja. Ah. Kommst du mir, Cleo? Ja, ich hab' ihn, ja, ich hab' ihn gesehen, wo er sich versteckt. Oh, 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 oh. Unten in der Kirche, unten in der Kirche. Wir müssen uns beeilen. Mit dem Laufen, jetzt gleich. Ja. Ja, hochheilen und laufen. So. Lass' uns auch nicht tun, ne? Ich weiß, ich will die ablenken, nur damit die anderen laufen können. Ja. Boah, scheiße, ich bin nicht dran gekommen. Ey, schon wieder? Ja, Cleo, jetzt. Aber ich bin hinter der Mauer, ich versteh' nicht, woher der mich jetzt getroffen hat. Der ist doch unten in der Scheißkirche. Pass auf, Kolo, lauf da nicht hin. Komm hier rüber. Ja, ich hab' jetzt keine andere Chance, muss ja hier reinlaufen, irgendwie. Ah, oben sind zwei Airdrops. Da kommen auch Schüsse her. Bin jetzt drinnen, ach du Scheiße. Ja, die nächste Zone ist gut, da müsst ihr aus der Kirche raus. Ah, aber ich steh' genau vor der Kirche. Oh. Wo ist der Typ? Ah, da läuft einer auf zwei... Ja, den müssen wir uns holen. Ich hab' einen erwischt. Ich hab' einen erwischt. Ja, da ist er, vor dir, Polo. Ja, ja, ich weiß. Das ist der, der mich auch, ja. Hab' einen Headdy gegeben, aber der hat es nicht groß genug. Ach, ey. Ach, ey. Ich hasse diese Waffe. Ich will nie wieder... Oh, ey. Die snipen alle auf mich, oder? Die Dreieckchen. Ja, auf mich auch. Vom Berg. Mit einem Schuss direkt. Kopfschuss. Die genau auch... Arne, kannst du zu mir kommen? Ich brauch' die Unterstützung. Ich schieße auch auf die. Ich kann nicht... Ne, oben auf den Berg den. Auf 230. Ja, auf die schieße ich doch. Ach so. Hab' ihn nicht gegeben. Wechsel' das Fenster, Arne. Ja, ja, ich wechsle die ganze Zeit. Ey, wie hätt' der sich denn getroffen? Ah, von da hinten. Warum treffe ich den denn nicht? Nein. Äh, die von der Küche haben mich getroffen. Ach, den hat ein anderer da oben ausgenockt. Sehr gut. Lebst du noch eine? Was ist los, ne? Ja, komm doch mal zu mir. Da oben läuft einer. Draußen. Ok. Ich bin bei dir. Gibt's gar nicht. Hat die noch mal getet? Krimis los. Ja, die aus der Küche laufen grad alle rein, ey. Ja, oben. Beim Airdrop. Ja, ja. Oben rechts sind aber auch welche. Das sind die letzten alle. Oben auf dem Berg, Arne. 240 sind auch noch zwei. Hab' einen. Sehr gut. War der direkt down? Sehr gut. Ja, ja, der war direkt down. Das war der letzte von denen da oben. Ja, dann sind die links noch im Airdrop. Auf 195. Die müssen aber zu uns kommen, Arne. Da wo die Rauch und die Smoke ist, sind noch welche, ne? Ja, ja, ja. Aber die kommen gleich zu uns. Da läuft der. Wo ist der? Auf 190 lief gerade einer. Hat er einen Hitz? Hinterm Baum, ja. Oben läuft einer lang. Rechts rum, rechts rum. Hab' ihn genockt. Ich liebe die Mini, die Steeper zu lassen. Ja, links am Baum steht einer. Versucht den Splittergranate zu werfen, aber so weit kommt der nicht. Der läuft. Der nächste läuft, der nächste läuft. Rechts rum wieder. Ja. Hab' ihn einmal. Hab' ihn zweimal. Einer noch. Links Arne. Jojo, ich seh' ihn. Er läuft links rum. Ja, Hammer. Hat' zwei. Nee, aber der ist im Rauch. Ja, das weiß ich. Hab' ihn. Jawoll. Yeah, Mann. GG. Alter, du holst mich ab.